Musik Hallo, ich bin Jeff Altler. Und ich bin Jane Carter-Puppe. Es gibt heute acht Kandidaten. Sex werden ein Hauptstuhl kriegen und um ihre Freiheit kämpfen. Wer wird frei und wer wird hier bleiben? Musik Ich war okay, aber ich konnte noch mehr essen. Musik Diese Spiele sind dumm. Ich fühle mich total verletzt. Holt mich hier raus! Es ist meine Zeit im Rappenlisch durch Stern. Ich habe eine große Zukunft mit Tanzen. Niemand kann gegen mich gewinnen. Mein Vater ist Brexanwalt. Willkommen zu der Extreme Freizeitfreiheit Buchstabier Wettbewerb. Das erste Wort ist ich. Oh, ich weiß es. E-E-C-H. Das ist die falsche Antwort. Echt? Das nächste Wort ist bin. Darf ich einen Freund anrufen? So, wie fühle ich mich? Die Wörter waren unglaublich schwer. Es ist so viel Stress. Tut mir leid. Ich bin die schönste Frau der Welt. Ich bin Janie Kwa. Ich habe viele schöne Freunde. Ich bin Janie Kwa. Alle lieben mich. Ich bin Janie Kwa. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Ich bin natürlich hier, um zu gewinnen. Der doofe Jodler. Er ist offensichtlich nicht professionell, wie ich. Okay, Holger. Was sind die ersten 15 Dezimalstellen und Pi? Das ist ganz einfach. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3. Fantastisch, Holger. Zweite Frage. Wie viele verschiedene Schmetterlinge gibt es in der Welt? Das ist ganz einfach. 15.204. Richtig. Ich will nach Hause und zum Einkauf spielen. Briefum slide, bitte. Shaniqua, du bist frei. Holger, du bist frei. Petra, du bist frei. Franzi, du bist frei. Es tut mir leid. Ich habe nichts für euch. Danke, liebe Zuschauer. Bis nächste Woche. Gute Nacht. Bleibt cool, Lanswood. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020